Immer noch schneller als die Deutsche Bahn. Wenn Derry 10 von 10 dieser Kommentar gebe ich dir absolut zu 100% recht. Wahrscheinlich hat die Ochsenkarre auch noch besseres WLAN als in der Deutschen Bahn. Safe. Und mehr Platz. Ich habe hier meine Ruhe. Guckt es mal an. Also Leute, wenn ihr das nächste Mal irgendwo hinreisen wollt, nehmt die Ochsenkarre vor der Deutschen Bahn. Ich kann es euch nur empfehlen. Komfortables reisen. Gemächlich, aber komfortabel. Super WLAN. Wählst die Ochsenkarre.